Was ist es, das all diese Menschen verbindet? Es ist die Leidenschaft für ihren Sport. Welche Energie treibt sie an? Es ist der Wunsch erster, schnellster, bester zu sein, sich zu spüren, Grenzen zu erreichen, über sich hinaus zu wachsen, durchzuhalten. Es sind die Menschen, die mit ihnen leiden, kämpfen, verlieren und gewinnen. Es ist ihr Team. Es ist ihr Publikum. Es ist die Gemeinschaft, die sie trägt. Und du, du bist ein wichtiger Teil davon. Herr Rijsson, hat nichts anderes zu sehen. Es ist die erste Leidenschaft. Herr Rijsson! Herr Rijsson! Herr Rijsson, die wir in der Glocken spüren. Ja, ja, ja! Musik 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 Sport ist pure Energie. Wir fördern die Bestleistungen von Spitzensportlern ebenso wie den Volkssport und die nachhaltige Jugendarbeit in den Vereinen. Musik Über 200 Wettkämpfe in der Region, 18.000 Sportler, 650.000 Zuschauer, LEW. Musik 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 Musik